Moin moin, mein Lieben, Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch einmal 5 kostenlose Tipps mitgeben, wie ihr auf Twitch wachsen könnt. Das Ganze ist natürlich wie immer kein Versprechen, es gibt keine geheime Formel, wie man auf Twitch wirklich erfolgreich wird. Allerdings sind das 5 Sachen, die auf jeden Fall helfen können und die jetzt auch alle relativ neu sind. Deswegen möchte ich dir einmal vorstellen, lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren oder aber auch ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefällt. Und jetzt wünsche ich euch auch schon ganz viel Spaß mit dem Video. Du suchst nach Overlays, die zu deinem Stream passen? Dann ist OwnTV genau die richtige Adresse für dich. Dort findest du Stream Overlay Packages für jedes Genre, wie Game Overlays, Just Chatting und IRL Overlays, genauso wie Overlays für Twitch, YouTube und Kick. Neben den kompletten Paketen gibt es aber auch Logo und Emote Maker, Panels, Alerts und vieles mehr. Wenn dir ein Overlay gefällt, klick einfach drauf und du kannst dir direkt alle Features in einem Video ansehen. Die Dateien stehen nach dem Download dann direkt zur Verfügung. Falls es dein Interesse geweckt hat, checkt doch gerne den Link in der Videobeschreibung aus. Mit dem Code Fending West gibt es außerdem noch satte 50% auf alles. Als ersten Tipp möchte ich euch mitgeben, die Disconnect Protection anzuschalten. Denn ihr kennt das sicherlich mal, wenn ihr irgendwo im Stream seid und ihr habt irgendwie Internetprobleme oder irgendwie funktioniert euer Stream gerade kurz nicht und der Stream geht direkt offline und die Zuschauer denken dann vielleicht, dass der Stream vorbei ist und kommen nicht wieder. Manchmal habt ihr das vielleicht aber auch schon gesehen, wenn ihr bei anderen Streamern geschaut habt, dass dann einfach nur dieses blaue Signalfenster kommt und die dann auf einmal zurückkommen. So, dass alle nicht neu einschalten müssen, sondern das Ganze einfach nur aktualisieren können und dann wieder im Stream sind. Hilft auf jeden Fall und diese Protection könnt ihr einstellen. Und zwar geht ihr dafür ganz einfach in euer Creator Dashboard und geht dann hier einmal in den Einstellungen zu dem Punkt Stream und könnt dann hier den Schutz vor Verbindungsfehlern einstellen. Dann hier steht auch nochmal, verbessere die Zuschauererfahrung deines Streams, indem im Fall einer getrennten Verbindung ein Backup des Stream lädt. Und dann ist es halt so, wenn der primäre Stream fehlschlägt, kannst du automatisch 90 Sekunden lang ein temporäres Bild für deine Zuschauer einblenden, während du das Problem behebst und dich neu verbindest. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber man hat dann kurz 90 Sekunden Zeit, um entweder das LAN-Kabel neu anzuschließen oder vielleicht aber auch einfach nur den Router neu zu starten, was auch immer. Ist auf jeden Fall einfacher, als wenn alle Leute auf einmal weg sind, ihr den Stream neu startet und dann vielleicht Zuschauer einfach nicht wieder in den Stream reinkommen. Der zweite Punkt sind die Moderation-Settings und die beschützen euch vor Spams, vor Follower-Bots, vor irgendwelchen Leuten, die irgendwelchen Quatsch bei euch in den Chat reinschreiben, Links bei euch reinposten wollen. All das findet ihr hier auch ausführlich in diesem Video Twitch-Mod-Settings. Da habe ich das alles einmal erklärt. Ich möchte aber auch hier einmal im Schnelldurchlauf zeigen, was ihr dort alles einstellen könnt. Und zwar geht ihr dafür wieder in euer Twitch-Dashboard. Und diesmal bei den Einstellungen nicht auf den Punkt Stream, sondern auf den Punkt Moderation. Und hier gibt es für den Automod bestimmte Steuerungen. Da könnt ihr eure Mods auch mit vertraut machen, falls ihr aktive Mods in eurem Stream habt. Und zwar gibt es hier blockierte Begriffe, beziehungsweise auch nicht zulässige und zulässige Begriffe und Sätze, die ihr hier einstellen könnt. Dann kann man hier auch gesperrte Chatter auswählen. Man kann sehen, welche Chatter man gesperrt hat. Man kann das Ganze sogar mit anderen Streamern teilen. Man kann hier automatisch einstellen, dass Links blockiert werden. Und wir haben hier sogar Kanalrechte, die relativ neu sind. Die sind auch in dem anderen Video sehr gut erklärt. Und zwar könnt ihr hier eine Sicherheit einstellen, sodass zum Beispiel eure Chatter, die in eurem Stream sind, nur dann etwas reinschreiben können, wenn zum Beispiel sie eine verifizierte E-Mail-Adresse haben. Oder wenn sie sogar aber auch eine Telefonverifizierung haben. Man kann das Ganze dann auch noch aufteilen auf Abonnenten, auf VIPs, auf Moderatoren. Man kann das Ganze auch aufteilen, dass, sage ich mal, alle Chatter eine verifizierte Handy-Nummer benutzen müssen. Oder aber vielleicht, die muss es schon so und so lange geben. Das könnt ihr hier alles einstellen. Einmal für die Chat-Verifizierung, aber auch für die Follower-Verifizierung. Genauso wie könnt ihr hier auch noch Chat-Regeln hinzufügen, die dann ganz kanalspezifisch für euch angegeben werden. Man kann dann hier sogar noch die Anfragen zur Aufhebung einer Sperre verwalten. Oder aber auch hier zum Beispiel ganz neu, dass gesperrte Nutzer den Stream anschauen können. Damals war es nämlich so, dass die Leute, die gesperrt worden sind, immer noch zugucken konnten, aber den Chat dann halt nicht mehr bedienen konnten, also nichts mehr schreiben konnten. Jetzt ist es wirklich so, dass die Leute, die gesperrt sind, auch nicht mal mehr euren Stream gucken können, wenn ihr das Ganze hier einstellt. All das findet ihr hier unter dem Tab Moderation. Falls ihr dazu genau was wissen wollt, schaut euch gerne das Video von mir dazu an. Es ist auf jeden Fall einiges dazu neu gekommen und es ist natürlich umso besser, wenn der Chat und auch allgemein euer Stream ein bisschen sicherer gemacht ist, damit man halt damit keine Unannehmlichkeiten hat und sich dann wieder auf Streamen bzw. auf das Entertainen konzentrieren kann. Der nächste Punkt, den hat man wahrscheinlich schon ganz oft gehört. Ich möchte aber im Spezielleren darauf eingehen und zwar ist es ja nie verkehrt, irgendwie Clips aus den Streams in seinen Socials zu teilen, um mehr Reichweite zu gewinnen. Das Ganze geht jetzt aber auch noch viel einfacher und zwar direkt über Twitch. Auch dazu geht ihr ganz einfach wieder in eure Creator Dashboard und geht dann hier auf Inhalt und auf Clips. Und ihr habt es sicherlich schon gesehen, dass man mittlerweile bei Twitch selbst auch Storys hochladen kann. Man kann aber auch hier das Ganze einfach, wenn hier ein Clip ausgewählt ist, das Ganze hier bearbeiten. Man kann das dann hier auch einfach zurechtschneiden. Man kann dann auch hier das Hochformat auswählen, kann sogar hier dann das Layout bearbeiten. Und wenn das Ganze dann fertig ist, kann man das Ganze teilen und zwar einmal natürlich in der Twitch-Story. Aber ihr seht hier auch schon direkt, dass das Ganze auf YouTube, auf TikTok, auf Twitter, auf Facebook, auf Reddit überall direkt geteilt werden kann. Das Ganze ist super schnell gemacht. Wenn ihr das Ganze natürlich sonst immer noch irgendwie über CatCut oder über andere Schnittprogramme noch mit Untertiteln versehen wollt und so weiter, könnt ihr das natürlich auch machen. Es ist immer gut, irgendwie Social zu teilen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es mittlerweile hier über diese Clips-Funktion einmal ganz einfach ist, einmal Twitch-Storys hochzuladen, was sicherlich auch einen Vorteil hat und diese Clips hier wirklich in zwei, drei Minuten einfach schnell zusammenschneiden kann und direkt auf verschiedene Socials zu teilen. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Es gibt nämlich mittlerweile die Funktion, bei Twitch zuzulassen, dass andere Leute eure Clips teilen dürfen. Es denkt natürlich erstmal viele, äh, ja, will ich gar nicht. Ich glaube, es gab ja damals auch schon riesen Diskussionen bei den Sata-Hugo-Videos, warum es so viele Leute gibt, die mit anderer Clips irgendwie Geld verdienen oder Wachstum erreichen. Ich glaube aber, dass es als kleiner Streamer gerade relativ gut ist, wenn ihr erlaubt, dass andere Leute eure Clips teilen, weil wenn irgendwo mal sowas auf TikTok oder so viral geht, was ja schnell passieren kann, dann führt das natürlich auch ganz schnell zurück zu euch. Und die Leute wollen dann vielleicht sehen, was der sonst so irgendwie in einem Stream macht. Und diese Einstellung findet ihr mittlerweile auch unter den Einstellungen und unter dem Punkt Stream. Und zwar, wenn ihr dann hier einmal runterscrollt, dann findet ihr hier unter Clip-Einstellungen Lasst Zuschauer Clips in Social Media hochladen. Das Ganze wird dann auch angezeigt und die Leute können direkt über einen Button, sag ich mal, eure Clips auf Social Media hochladen. Es ist natürlich, soll ich selbst überlassen, ob ihr das wollt, ob ihr das vielleicht auch nicht wollt. Ihr könnt das anschalten, ihr könnt das ausschalten. Ich glaube allerdings, dass dadurch halt ein bisschen ein größeres Publikum erreicht wird, weil wenn mal Leute von euch was teilen und das irgendwie viral gehen sollte, ist das letztendlich nur gut für euch. Außerdem seht ihr auch hier, damit jeder weiß, wo man dich findet, werden deine Twitch-Kanalnamen und dein TikTok-Name automatisch in die Beiträge der Zuschauer eingefügt. Das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwie auf euch zurückführen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, der ich glaube auch relativ sinnvoll ist. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Und zwar ist es dieses Video hier, Stream Together. Dieses Feature nutzen wirklich bisher recht wenige. Schaut euch das Video gerne einmal an, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Es ist nämlich mittlerweile so, dass wie früher schon mal das Ganze gab, aber auch nur für Partner jetzt so, dass ihr wirklich jedem erlauben könnt, mit euch zusammen zu streamen. Es gibt dort verschiedene Layouts, dass ihr praktisch mit bis zu sechs anderen Leuten streamen könnt. Der Chat dann aber auch von allen Streamern angezeigt wird, mit allerdings dem Button, dass man weiß, wer zu wem gehört und alle Streamer bei jedem Streamer zu sehen sind. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist aber eigentlich relativ einfach. Es geht einfach darum, mit anderen Streamern irgendwie eine Call-Up zu starten und dann vielleicht auch ein, zwei Streams zusammenzusetzen, weil auch so kann man natürlich irgendwie Wachstum generieren. Wenn man jetzt mit anderen Leuten streamt, dann kommen die Zuschauer von denen halt zu euch und andersrum genauso. Ihr bekommt dann letztendlich hier einfach so ein Layout, wo ihr jetzt verschiedene Leute einladen könnt. Es werden alle Leute auf allen Bildschirmen gezeigt. Also es werden dann die ganzen Leute mit deren Kameras in eurem Stream angezeigt. Der ganze Chat wird angezeigt und wenn ihr dann irgendwie was zusammen zockt, kann man sicherlich da irgendwie eine gute Zusammenarbeit starten und sicherlich auch ein bisschen Wachstum generieren, auch je nachdem mit welchen Leuten ihr zockt, die vielleicht auch mehr Zuschauer haben oder aber auch andere Zuschauer, dass man da vielleicht irgendwie eine Schnittmenge findet und sich da ein paar Leute connecten. Ist auf jeden Fall wahnsinnig praktisch, glaube ich. Das Feature nutzen bisher wirklich sehr, sehr wenige. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr bei euren Streamern guckt, ist links so ein grüner Kreis. Da kann man dann draufklicken und auch eine Zusammenarbeit anfragen. Dann guckt euch das Video an, wenn euch das Thema wirklich mehr interessiert, weil das alles jetzt hier noch zu erklären, würde ein bisschen lange dauern. Ansonsten war es das auch mit den fünf Tipps, die ich hier neu zusammengetragen habe. Das begäten natürlich die altbekannten Tipps, dass das Ganze Spaß machen soll, dass es nicht nur um Wachstum und um Geld geht, sondern um die Sache an sich, dass man irgendwie Bock auf Streamen hat. Aber ich glaube, das wurde auch schon alles oft genug gesagt und das sind jetzt so die fünf Sachen, die ich relativ neu zusammengetragen habe, die ich neu gefunden habe. Ich hoffe, sie haben euch gefallen oder euch auch jetzt schon weitergeholfen oder nachdem ihr das Video gesehen habt. Ihr könnt gerne eure Erfahrungen danach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das auch schon und sage ich danke und bis zum nächsten Video.